Stress? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raus aus dem Hamsterrad und wie du stattdessen dahin kommst, wo du wirklich hin willst. Wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, erhältst du einen ganz wichtigen und aber zugleich ganz einfachen Tipp, wie du deine Akkus wieder auflädst und noch dazu Spaß hast. Kennst du das auch? Du hast unheimlich viel zu tun, bist nur noch gestresst und die nächsten Ferien sind weit weg? Du hast das Gefühl, dass du ineffizient arbeitest und drehst dich im Hamsterrad? Was kannst du tun? Ich empfehle dir eine Auszeit vom Alltag. So mache ich das zum Beispiel. Wenn die Akkus leer sind, solltest du nämlich erst die Akkus wieder aufladen, bevor du weiterarbeitest. Sonst bringt das Weiterarbeiten meistens nicht, weil du im Leerlauf durchdrehst und nicht produktiv bist. Wir machen das so, dass wir dann einfach ein paar Sachen einpacken in unser Wohnmobil und vielleicht eine Stunde fahren. Und wir übernachten irgendwo anders. Durch diesen Perspektivwechsel entspannst du sehr schnell, kannst deine Akkus wieder aufladen und du traust dich das zu machen, was du zu Hause, wo du die Arbeit, in der Küche oder wo auch immer liegen siehst, dich meistens nicht traust. Nämlich du machst mal nichts. Und dieses Nichtstun, dieser Müßiggang ist das Geheimnis, um die Akkus wirklich wieder aufzufüllen. Selbst die Japaner, von denen man Karoshi kennt, also Tod durch Überarbeitung, was eigentlich fast eine Ehre ist, selbst die Japaner kennen ganz, ganz viele Formen des Müßiggangs und haben dafür viele verschiedene Verben. Diese Zusammenstellung hat mir übrigens eine Freundin geschickt aus den Ferien und die fand ich so klasse, dass ich mir erlaubt habe, das hier zu zitieren. Und die Japaner haben zum Beispiel das Wort Boketto, das heißt geistesabwesend ins Leere starren und dabei nichts denken und nichts zu tun haben. Das ist die ganz hohe Schule des Müßigganges. Und Bosa Bosa, das ist untätig herumsitzen und nicht das tun, was man tun sollte. Auch eine schöne Variante. Und Goro Goro, das ist mein persönlicher Favorit, das ist mit Nichtstun. Zeit verbringen und sich im Liegen zu regeln. Und was du besonders gut bei einer Auszeit im Alltag machen kannst, wenn du wegfährst in eine andere Gegend, andere Aktivitäten machst, anderes anschaust, ist Bura Bura. Das ist nämlich ziellos in der Gegend herumlaufen und sich die Gegend dabei anschauen. Ich hoffe, dass dir diese Tipps ein bisschen Futter geben, um eine Auszeit im Alltag zu machen. Wenn du das nicht mit einer Übernachtung verbinden kannst, was ich dir sehr empfehlen würde, dann schau aber, dass du das Ganze wirklich inszenierst. Dass du dir ein Ziel aussuchst, wirklich vielleicht einen Tagesausflug, einen Picknickkorb packst, schöne Dinge mitnimmst, damit du am Abend wirklich befriedigt und erschöpft nach Hause zurückkommst. Also trau dich, auch wenn die Ferien weit weg sind, dir Auszeiten im Alltag zu nehmen. Das heißt, möglichst in eine andere Gegend, in eine andere Umgebung zu fahren, deine Perspektive zu verändern, einmal nichts zu tun, die Arbeit zu Hause liegen zu lassen und dann ganz wunderbar erholt wieder zurückzukommen. Und das Ganze möglichst regelmäßig. Viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Deine Sabine